Jeden Abend will mein Sohn Daniel vor dem Einschlafen eine Geschichte hören. Er brauche etwas zum Denken, behauptet er, sonst könne er nicht gut schlafen. Wer Hunger hat, erhält etwas zu essen, das sei klar, also muss der Kopf, der die ganze Nacht allein da liegt, auch etwas zu tun bekommen. Ob mir nichts einfalle, sagte er und schaute sich im Zimmer um. Er brauche unbedingt eine Geschichte, und zwar, schrie er, über Birne. Welche Birne, fragte ich? Eine essbare Birne oder eine Thomasbirne? Natürlich Glühbirne, rief er. Er zeigte auf die Straßenlampe vor seinem Fenster, deren Licht die ganze Nacht in sein Zimmer scheint. Er wollte wissen, warum sie brenne, warum die Glühbirne darin zerbrechlich sei, warum sie ein Gas in sich habe. Er wollte alles wissen, und ich wusste wenig. Über Birne könne man immer Geschichten erzählen, sagte er. Nachts arbeite sie, am Tag, wenn sie ausgeschlafen habe, erlebe sie Abenteuer. Sie sei klug, könne mit jedem sprechen, mit Tieren, Maschinen, Steinen, Todesstrahlen. Sie habe kleine Düsenmotoren, ausklappbare Hubschrauberflügel und eine winzige Atombatterie an Bord ihrer Fassung. Birne könne alles, erklärte er, und damit war Birne geboren. Seitdem erzähle ich Geschichten über Birne. Zum Beispiel Birne und die Räuber Birne schwingt über der Stadt hin und her. Um die Kirchturmspitze, an der rote, warmen Lampen blinken, macht sie eine scharfe Kurve. Die rote Blinkanlage warnt die Flugzeuge, auf Höhe zu bleiben, sonst stoßen sie gegen den Fernsehturm. Birne fliegt zum Stadtrand, wo die Straßen nicht mehr beleuchtet sind. Dort gibt es auch keine Hochhäuser mehr, keine Geschäfte, nur noch Einfamilienhäuser, die in Gärten stehen. Birne landet in einem Apfelbaum und schaukelt auf einem Zweig. Ein Vogel, der in der Nähe sitzt, sagt, er habe Hunger, könne aber bei Nacht keine Würmer mehr finden. Ich esse keine Würmer, ich esse nur elektrischen Strom. Donnerwetter, sagt der Vogel, so weit möchte ich es auch einmal bringen. Ganz einfach, man geht zur nächsten Steckdose und trinkt sein Essen heraus. Batteriestrom schmeckt übrigens noch besser, er ist nicht so scharf. Im Garten liegt eine Batterie, sagt der Vogel, soll ich sie dir zeigen? Nicht nötig, ich bin satt. Zu Hause bekomme ich so viel Strom, wie ich will. Achtung, da knackt was, flüstert der Vogel nach einer Weile. Hörst du es? Ja, im Garten. Beide beobachten, wie zwei Gestalten durch den Garten gehen. Ab und zu lassen sie eine Taschenlampe aufblitzen, damit sie wissen, wo sie sind. Als sie beim Haus ankommen, hört man ein Fenster klirren. Dann steigen die beiden Gestalten in das Haus ein. Du lieber Himmel, sagt der Vogel, das sind Räuber. Los, hinterher, wir vertreiben sie. Ich bleibe lieber hier, sagt der Vogel. Er macht sich klein und hüpft tiefer in die Blätter des Zweiges hinein. Vor Angst zittert er, dass die Blätter rascheln. Birne saust zum Haus und durch das Loch im Fenster, das die Räuber geschlagen haben. Sie bleibt, wie es nur mit Hubschrauberflügeln möglich ist, in der Luft stehen und horcht. Aus dem Zimmer nebenan sind Geräusche zu hören. Sofort fliegt sie durch die Tür. Tatsächlich, die Räuber versuchen, einen Geldschrank zu öffnen, der in die Wand eingebaut ist. Sie haben einen Schneidbrenner und Gasflaschen dabei. Ein Räuber, der eine dunkle Brille trägt, damit ihm die helle Flamme nicht blendet, bringt den Stahl um das Schloss herum zum Schmelzen. Der andere Räuber stößt immer wieder mit einem Meisel in die weichen Rillen, die der Schneidbrenner in die Stahlwand frisst. Sobald das Schloss herausfällt, lässt sich der Tresor öffnen und die Räuber können stehlen, was sie wollen. Birne dreht an den beiden Gasflaschen die Ventile zu. Aus dem Schneidbrenner schlagen keine Flammen mehr. Dreh das Gas auf, sagt der eine Räuber. Ich habe das Gas nicht abgedreht, sagt der andere Räuber. Doch, das hast du. Habe ich nicht. Du lügst. Der eine dreht die Ventile wieder auf, aber Birne dreht die Ventile wieder zu. Die Räuber säen Birne nicht, sie steigt sofort wieder unter die Zimmerdecke auf, wo es dunkel ist. Du Lump, schreit der eine Räuber, schon wieder ist das Gas weg. Ich war nicht an der Gasflasche, sagt der andere Räuber. Ich habe mit dem Meisel zu tun. Vielleicht ist kein Druck mehr in der Flasche. Genügend Druck, ich habe die Flasche selbst gefüllt. Sobald der Räuber die Flamme des Schneidbrenners wieder angezündet hat, dreht Birne die Ventile erneut ab. Jetzt bekommen beide Räuber eine Wut. Sie schlagen aufeinander ein. Der eine hat schon eine blutige Nase und der andere hinkt, weil die Gasflasche auf seinen Fuß gefallen ist. Birne schaltet die Taschenlampe, mit der die Räuber Licht gemacht haben, aus. Sie sehen nichts mehr. Dann blinkt sie, sodass die Räuber Angst bekommen. Außerdem ist der Vogel aus Neugierde ins Zimmer geflogen und umkreist zusammen mit Birne die beiden Räuber. Die Räuber glauben, das ganze Zimmer sei voll Polizei. Um sie schlagen, stürzen sie nebeneinander aus der Tür. Sie stoßen mit den Köpfen gegen den Türrahmen. Birne zündet den Schneidbrenner wieder an und steigt mit ihm zur Zimmerdecke hoch. Die Flammen schlagen durch den ganzen Raum. Vor Schreck machen die Räuber einen Satz durchs Fenster, dass die Scherben nach allen Seiten fliegen. Einer der Räuber hat, als er durch das Fenster sprang, nicht die Hände vor sein Gesicht gehalten. Er blutet und schreit. Birne fliegt ihm nach und will ihm ein Pflaster vor die Wunde kleben, doch der Räuber springt immer wieder davon. Du brauchst keine Angst zu haben. Lass dich verbinden, sonst verblutest du. Ich bin ein Räuber, sagt der Räuber. Jeder schießt, wenn er mich sieht. Ich nicht. Ich hab dich nur erschreckt. Warum wolltest du stehlen? Weil ich Hunger habe, sagt der Räuber. Im Garten liegt eine alte Autobatterie. Nimm sie mit und verkauf sie morgen bei einem Händler für gebrauchte Autos. Ich soll eine Batterie stehlen, sagt der Räuber, dass du es dann der Polizei erzählen kannst. Ich sage nichts. Wer Hunger hat, darf ein bisschen stehlen. Er muss nur sagen, weshalb er es tut. Vielen Dank, sagt der Räuber. Ich nehme die Batterie. Birne leuchtet dem Räuber noch bis zur Straße, damit er nicht stolpert und hinfällt, sonst würde die Batterie auslaufen und wäre nichts mehr wert. Ich nehme mir Kirschen und Beeren aus den Gärten, ohne zu fragen, sagt der Vogel. Vögel dürfen alles. Sie dürfen auch auf Hüte kacken. Ich habe noch nie getroffen, sagt der Vogel. Höchste Zeit, dass du es lernst. Und deinen Kindern musst du es auch beibringen. Kannst du es, fragt der Vogel. Sogar bei Nacht. Sie steigt in die Höhe und lässt einem Polizisten, der gerade Streife geht, ein klein wenig leuchtende Birnenkacke auf die Mütze fallen. Der Polizist blickt verwundert nach oben und glaubt, es regne feurige Tropfen. Fabelhaft, sagt der Vogel, als beide wieder im Baum sitzen. Ich werde gleich morgen zu üben beginnen. Birne sucht einen Fehler. Im Rechenzentrum für elektronische Rechenmaschinen ist ein Fehler aufgetreten. Die Ingenieure und Kybernetiker suchen in allen Maschinen, wo der Fehler stecken könnte, finden ihn aber nicht. Sobald die Rechenspeicher wie üblich mit Strom geheizt werden, verlieren sie nach 40 Sekunden ihr Gedächtnis. Das heißt, sie wissen nicht mehr, was sie berechnen sollen. Birne hört an einem Telefonkabel mit, wie Ingenieure mit den Konstrukteuren telefonieren. Spannung und Stromstärke stimmen, sagt ein Ingenieur. Wir haben sie geprüft. Aber jedes Mal, wenn wir die Anlage starten, kann sie nicht mehr rechnen. Haben Sie alle Leitungen nachgesehen, fragt der Konstrukteur. Ich habe sie getestet, als die Anlage gebaut wurde. Es sind fünf Millionen Stück, sagt der Ingenieur. Wir würden Wochen brauchen, bis wir fertig sind. Dann müssen Sie eben nachrechnen, wo der Fehler sitzt. Die Maschine arbeitet doch nicht mehr. Ich kann Ihnen nicht helfen, sagt der Konstrukteur. Ein Rechenzentrum besteht aus zu vielen Einzelteilen. Nur wer sie zusammengebaut hat, kennt sich darin aus. Birne löst sich von dem Telefonkabel und fliegt auf einen Dachfirst. Sie muss in Ruhe überlegen. Rechnen heißt zusammenzählen. Ein Rechenzentrum hat Millionen Zellen, in die Strom fließt oder kein Strom. Es wird also zusammengezählt oder nicht zusammengezählt. Da die Maschine mit elektrischem Strom arbeitet und nicht riechen, sehen, gehen, schwimmen, essen oder lachen kann, wird sie von nichts abgelenkt. Deshalb arbeitet sie auch schneller und sicherer als ein Mensch. Sie vermag jedoch nur das herzugeben, was in sie eingebaut wurde. Sie ist ein fleißiger Idiot. Hey, Vogel! Sagt Birne zu einem vorbeifliegenden Spatz. Was würdest du tun, wenn du zehn Würmer hättest? Ganz einfach, antwortet der Spatz. Ich würde sie fressen. Und wenn dir zehn Würmer zu viel sind? Ich würde sie trotzdem fressen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich je so viele Würmer finde. Es wäre zu schön. Vielen Dank. Jetzt weiß ich, wie ich die Anlage reparieren muss. Birne meldet sich beim Pförtner des Rechenzentrums und sagt, sie sei der neue Monteur für Rechenautomaten. Der Pförtner will Birne nicht hereinlassen, weil er nicht begreifen kann, dass eine elektrische Glühbirne eine Rechenanlage repariert. Birne blendet den Pförtner mit einem Lichtstrahl und schwebt davon. Wir sind hilflos, hört Birne einen Ingenieur sagen. Die Anlage funktioniert, doch nach 40 Sekunden löscht sie alles, was sie gearbeitet hat, von selbst aus. Dann funktioniert sie also. Sie funktioniert falsch, schreit der Ingenieur. Von einer Birne lasse ich mich nicht belehren. Sie funktioniert richtig, sonst könnte sie überhaupt nicht rechnen. Sie wird nur durch irgendetwas gestört, das immer wieder ihre Arbeit unterbricht. Was würden Sie tun, wenn Sie zehn Würmer hätten? Ich würde sie wegwerfen, sagt der Ingenieur. Ach ja, jetzt habe ich falsch gedacht, denn Sie sind ja kein Vogel. Birne setzt sich ans Steuerpult und lässt die Maschine mit Hochspannung arbeiten. In den Speicherkästen voller Widerstände entsteht Wärme, die von einer Klimaanlage wieder abgesaugt wird. Der Rechner knattert, die automatische Schnelldruckanlage beschreibt 1000 Lesekarten pro Minute mit Rechnungen und die Tonbänder, auf denen die Rechnungen verzeichnet sind, surren vor Geschwindigkeit. Die Anlage funktioniert. In diesem Augenblick verlöschen am Steuerpult alle Glühlämpchen die Anzeigen, in welchen Kästen sich gerade die höchste Stromstärke sammelt. Die Rechenanlage hat sich selbst unterbrochen, mitten in der Arbeit, aber sie zeigt am Steuerpult nicht an, dass sie nicht mehr rechnen kann. Vielleicht hat ein Techniker seinen Schraubenzieher in einem Speicherkasten liegen lassen. Solche Schlampereien kommen bei uns nicht vor, sagt der Ingenieur. Wir kontrollieren die Anlage jeden Morgen. Jeden Morgen? Birne prüft die Kontakte in den Speicherkästen. Sie achtet besonders auf Lötstellen, an denen Träte verbunden sind. Wie der Blitz saust sie durch die gebündelten Leitungen, tupft mit ihrer Fassung auf Metall, jagt einen Stromstoß in das Metall und spürt sofort, ob die Lötstelle noch dicht ist. Wenn der Stromstoß nicht zu ihr zurückkommt, ist die Leitung unterbrochen. Wir haben fünf Millionen Leitungen, sagt der Ingenieur. Wir werden den Fehler nie finden. Nie. Schalten Sie bitte die Lautsprecher ein. Alle Rechnungen, die durch die Rechenanlage gejagt werden, knattern im Lautsprecher, als würde es hagel. Wenn ein Fehler in der Anlage wäre, würde ich ihn hören. Es würde knallen wie ein Luftballon oder zwitschern wie ein nasser Korken auf Glas. In diesem Augenblick fällt die Anlage wieder aus. Am Steuerpult erlöschen alle Lampen bis auf eine, die immer wieder das Wort Fehler, Fehler, Fehler zeigt. Die Anlage hat sich selbst ausgeschaltet, sagt der Ingenieur. Moment, der Fehler liegt außerhalb. Sie umkreist das Haus und beobachtet hinter Bäumen eine hohe Radarantenne. Jedes Mal, wenn der Drahtkäfig sich Richtung Rechenzentrum dreht, schaltet sich die Rechenanlage selbst aus. Die Radarstrahlen löschen das Gedächtnis in den Speicherkästen, als würde jemand mit einem Radiergummi alle Zahlen auf einem Papier ausradieren. Ich habe den Fehler gefunden. Sie müssen die Hausmauer abschirmen, Bleiplatten oder Grafitplatten in den Beton eingießen, damit die Strahlen der Radarantenne nicht mehr durch die Wände dringen können. Vielen Dank, sagt der Ingenieur. Jetzt wissen wir endlich, was wir tun müssen. Endlich. Birne fliegt nach Haus. Unter ihrer Lampe steht ein kleiner Junge und weint. Was hast du? Ich habe meine Rechenaufgaben nicht gemacht, sagt der Junge. Ich begreife sie nicht. Gib sie her. Sie nimmt das Schulheft des Jungen und fliegt damit ins Rechenzentrum. Die Anlage rechnet die Schulaufgaben in einer Sekunde aus. Wenn ich eine Rechenanlage einmal besichtigen dürfte, sagt der Junge, als Birne wieder bei ihm ist, würde mir das Rechnen Spaß machen. Ich würde die Rechenaufgaben sofort begreifen. Erzähle deinen Klassenkameraden, was du erlebt hast. Und dann bittet ihr alle euren Lehrer um eine Besichtigung des elektronischen Rechenzentrums. Ich bin sicher, er wird es euch erlauben. Er hat nur noch nicht daran gedacht. An alles können die Lehrer nicht denken. Sie sind schließlich schon älter und gebrechlich. Die Schüler müssen ihnen nachhelfen. Birne im Kindergarten Birne besucht einen Kindergarten. Sie hüpft als kleines Stinktier verkleidert in das Spielzeugregal und bleibt dort sitzen. Ein Stinktier hat einen Pelz, einen buschigen Schwanz und einen spitzigen Kopf. Einige Kinder bauen aus Holzwürfeln eine Burg. Zwei Mädchen haben sich bunte Federn ins Haar gesteckt und sind Indianerinnen. Eine Gruppe Jungen hüpft über ein Seil. Nur ein Junge steht ganz allein. Er heißt Jack. Vielleicht hat er Sorgen. Jack, mach doch mit, sagen die Kinder. Die Burg wird so hoch, dass wir zur Lampe hinaufsteigen und die Birne herausschrauben können. Ich mag nichts, sagt Jack. Ich kann heute nicht spielen. Ich habe ein Pflaster auf der Brust. An dem erkennt man, ob ich Tuberkulose habe oder nicht. Hast du Tuberkulose, fragen die Kinder. Habe ich nicht, sagt Jack. Dann kannst du das Pflaster abreißen, sagen die Kinder. Kann ich nicht, sagt Jack. Das tut doch weh. Die Kinder erklären Jack, dass sie auch solche Pflaster auf der Brust gehabt und sie sich selbst abgerissen haben. Es hätte nicht wehgetan, überhaupt nicht. Jack glaubt ihnen nicht und fängt zu weinen an. Da wollen die Kinder nichts mehr von ihm wissen und spielen weiter. Birne klettert aus dem Regal und tanzt als Stinktier durch den Kindergarten. Sie schnüffelt an jedem Bein und hüpft in die Höhe, höher als die Kinder, die über das Seil springen. Ein Tier, rufen die Kinder. Eine Maus, eine Ratte, ein Wiesel, ein Kaninchen. Ich bin ein Stinktier. Ich bin nicht gefährlich. Das Stinktier lebt friedlich in Amerika und Afrika, frisst Würmer, Nüsse, Gräser und Raupen. Wenn ein Feind kommt, zum Beispiel ein Löwe oder eine Schlange, hat es keine spitzen Zähne oder lange Krallen, um sich zu verteidigen. Es hebt nur den Schwanz und spritzt ein wenig. Aber das stinkt, sage ich euch. Das stinkt so sehr, dass die Schlange oder der Löwe vor Grausen davonrennen. Stinktier stinkt, rufen die Kinder. Ich stinke nur, wenn Jack sich sein Pflaster abreißt. Alle Kinder wollen Jack helfen, das Pflaster abzumachen, doch Jack wehrt sich. Wenn man die Haut spannt und das Pflaster mit einem Ruck wegreißt, tut es gar nicht weh. Aber Jack will nicht. Oder man könnte die Haut erwärmen, dann würde das Pflaster von selber abgehen. Aber Jack will nicht. Oder man könnte es mit Wasser lösen, dann würde es wie ein Blumenblatt von der Brust sinken. Aber Jack will nicht. Keine Aufregung, bitte. Soll er sein Pflaster auf der Brust kleben lassen, bis er aus der Schule kommt? Dann ist er so groß, dass das Pflaster inzwischen in die Haut hineingewachsen ist und er hat einen Knödel auf der Brust. Das ist nicht wahr, sagt Jack. Ich hätte das Pflaster gern weg, aber ich habe zu große Angst. Was ist Angst? Angst ist, wenn man weint, wenn man schreit, bis man schwitzt, wenn man ganz heise ist vom Schreien, sagen die Kinder. Angst ist, wenn man sich zu viel vorstellt. Ich könnte ja auch etwas anderes sein. Vielleicht eine kleine Schaufel oder ein Körbchen oder ein Kopfkissen aus einem Puppenschlafzimmer. Das glauben wir nicht, sagen die Kinder. Du bist ein Stinktier. Gut, ich stinke jetzt. Aber ein Stinktier bin ich nicht. Birne hebt ihren Schwanz und spritzt ein wenig Stinkflüssigkeit in den Raum. Es stinkt so sehr, dass die Kinder husten. Die Schwestern des Kindergartens sagen, für heute sei der Kindergarten geschlossen, in den Zimmern könne es niemand mehr aushalten. Draußen im Garten, sagt Birne, sie sei kein Stinktier. Jack glaubt es nicht. Jack, ich wette, dass du dein Pflaster abreißt, wenn ich kein Stinktier bin. Du hast gestunken, sagt Jack, also bist du ein Stinktier. Du stellst dir vor, dass ich eins bin. Jetzt stell dir vor, dass ich keins bin und dass du keine Angst mehr hast. Glaube ich nicht, sagt Jack. Wirst du gleich tun. Sie wirft den Pelz ab, den Schwanz, den spitzigen Kopf und ist nur noch eine Glühbirne. Jack reißt sich vor Erstaunen sein Pflaster von der Brust. Tatsächlich, sagt er, eine stinkende Birne. Hast du nun Tuberkulose oder nicht, fragen die Kinder. Ich habe keine Tuberkulose, sagt Jack. Das Pflaster ist sauber geblieben. Von diesem Augenblick an hat Jack seine Furcht überwunden und kann wie die anderen Kinder spielen. Birne baut einen Spielplatz. Birne beobachtet die Straße unter sich. Am Zeitungsstand malt ein Mädchen mit Bleistift einer Frau, die auf einer Illustrierten abgebildet ist, einen Schnurrbart. Der Zeitungsmann stürzt schimpfend aus der Bude, sagt, die Zeichnung sei eine Schweinerei. Schweinerei. Das Mädchen antwortet, sie möchte gern ein Junge sein, deshalb habe sie dem Mädchen auf der Illustrierten einen Bart gemalt. Ich lasse mir nicht meine Illustrierten verschmieren, sagt der Zeitungsmann. Was man ist, bleibt man. Ich möchte aber etwas anderes sein, sagt das Mädchen. Halt den Mund und geh nach Hause, sagt der Zeitungsmann. Das Mädchen beginnt zu weinen. Du sei nicht traurig. Der Zeitungsmann hat Unrecht. Wenn ein Mädchen gern ein Junge sein möchte, soll es einfach Hosen anziehen. Mach ich, sagt das Mädchen. Ich verkleide mich. Wer Lust hat, soll sich verkleiden. Überlegt Birne. Zum Beispiel als Königin oder Frosch oder Indianer. Die Erwachsenen haben keine Ahnung, was man alles sein kann. Sie fürchten sich davor. Anderen Kindern, die vor Langeweile spazieren gehen, rät Birne, sich ebenfalls zu verkleiden. Nach einer Stunde haben sich Indianer, Rennfahrer, Kapitäne, Weltraumfahrer, Bergsteiger, Prinzessinnen, Glavierspieler, Skifahrer, Fotografen, Bäcker, Piloten und Fensterputzer unter der Laterne versammelt. Was sollen wir jetzt tun, fragen die Kinder. Genau das, was ihr gern macht. Aber wir können kein Flugzeug steuern und kein Brot backen und nicht fotografieren, weil wir zum Beispiel keine Fotoapparate haben. Und wir können nicht Skifahren, weil es Sommer ist. Ihr müsst ins Rathaus gehen und so lange dort bleiben, bis ihr bekommt, was ihr braucht. Die Kinder gehen mitten auf der Straße zum Rathaus. Inzwischen sind es viele tausend geworden. Die Autos fahren nicht mehr, die Erwachsenen stehen am Straßenrand und schimpfen, doch gegen so viele Kinder können sie nichts ausrichten. Im Rathaus setzen sich die Kinder auf die Schreibtische, sodass die Beamten nicht mehr arbeiten können. Birne, die mit allen Birnen in den Lampen des Rathauses telefoniert, bittet sie, den Kindern zu helfen. Sobald ein Beamter ein Kind schlagen oder wegdrängen möchte, blitzt ihm die nächste Birne ins Gesicht. Die Beamten im Rathaus sind völlig ratlos. Einen Kinderaufstand haben sie noch nie erlebt. Ihr lebt. Was wollt ihr, fragt der Bürgermeister. Wir wollen spielen, sagen die Kinder. Wir wollen besser spielen, als wir dürfen. Wir brauchen einen großen Platz, auf dem ein Flugzeug steht, auf dem es einen Berg gibt mit künstlichem Schnee und künstlichen Felsen. Fenster zum Fenster putzen müssen auch da sein. Ein Backofen, Fotoapparate, Schiffe und Pflanzen für einen Garten, die man wieder herausreißen kann und trotzdem nicht kaputt gehen. Das ist viel zu viel, sagt der Bürgermeister. Das ist lebensnotwendig, sagen die Kinder. Wir brauchen Platz zum Spielen, sonst bleiben wir traurig und bekommen ein Doppelkinn und einen Bauch wie Bürgermeister. Sie haben oft schlechte Laune, weil sie als Kind zu wenig gespielt haben. Der Bürgermeister bekommt einen Wutanfall und will die Polizei rufen, die die Kinder aus dem Rathaus treiben soll. Sofort fliegt Birne in die Fabriken, Büros und Kaufhäuser, in denen die Eltern der Kinder arbeiten und alarmiert sie. Die Polizei will eure Kinder vertreiben, weil sie einen großen Spielplatz haben wollen. Die Eltern streiken. Sie arbeiten nicht mehr in den Fabriken, schreiben und telefonieren nicht mehr in den Büros und kaufen und verkaufen nichts mehr in den Kaufhäusern. Alles steht still. Auch den Vögeln in der Stadt fällt die Ruhe auf und sie glauben, aus den Häusern sei Land geworden. Wir brauchen einen Superspielplatz für unsere Kinder, verlangen die Eltern, sonst tun wir nichts mehr. Plötzlich geht alles leicht und einfach, weil die Direktoren der Fabriken und Kaufhäuser Angst davor haben, nichts mehr zu verdienen. Sie schenken den Eltern, was sie brauchen. Am nächsten Tag entsteht der größte Kinderspielplatz der Welt. Aus alten Autos wird ein Berg geschichtet, in einer Betonmischmaschine kann man Karussell fahren, in alten Stahlröhren lassen sich Nester und Bunker bauen, alte Radios darf man auseinandernehmen und sogar ein altes Fließband läuft noch. Birne sitzt auf der ausgefahrenen Leiter eines in die Erde eingegrabenen Feuerwehrwagens und blinkt in allen Farben vor Vergnügen. Birne in der Kleiderfabrik Alle Leute tragen Kleider, aber Schneiderinnen gibt es kaum mehr. Überlegt Birne. Also werden die Kleider, die Anzüge und Hüte in Fabriken gemacht. Lustiger wäre es, wenn alle Leute gar nichts mehr anziehen würden. Doch bei uns ist es zu kalt. Es gibt im Sommer höchstens ein, zwei Monate, in denen man nackt gehen könnte. Ich bin immer nackt. Ich habe keine Kleider an. Mir machen Kälte und Nässe nichts aus, denn ich bin aus Glas und Metall. Wenn die Menschen besser gebaut wären, zum Beispiel wie Roboter, dann könnten sie auf Kleider verzichten. Oder sie müssten noch wie Tiere sein, mit Fellen und dicken Häuten. Die Menschen sind also darauf angewiesen, immer wieder neue Dinge zu erfinden, die ihnen helfen, bequem und gesund leben zu können. Birne sucht im Fabrikviertel draußen vor der Stadt eine Kleiderfabrik. Sie schleicht durch ein offenes Fenster in einen Saan. Darin sitzen Frauen an einem Förderband, auf dem Stoffteile liegen. Jede Frau nimmt ein Stück Stoff, näht es mit einem anderen Stück Stoff auf einer elektrischen Nähmaschine zusammen und legt es wieder auf das Förderband. Die nächste Frau näht an einem Ärmel oder an einer Bluse weiter. Die Frauen müssen sich bei ihrer Arbeit beeilen, das Band läuft ziemlich schnell. diese Art Arbeit nennt man Akkordarbeit. Sie ist eine Schinderei. zwei Nasen im Gesicht lohnen sich nicht. Wer hat hier gesprochen, fragen die Frauen. Ich bin es, Birne, die alles kann. Du hast leicht reden, sagen die Frauen. Du musst nichts tun, du bekommst deinen Strom umsonst. Wir müssen arbeiten, weil wir Geld brauchen, sonst können wir keine Miete bezahlen und nichts zu essen kaufen. Vor allem würde ich nicht mehr nähen. Das ist doch altmodisch und geht viel zu langsam. Aus Klebstoff und Luft rührt Birne ein Mittel, das sie flüssigen Faden nennt. Sie gibt Sie gibt jeder Näherin eine Dose voll mit einem winzigen Lochform und zeigt ihnen, wie geklebt wird. Einfach auf die Dose drücken und den flüssigen Faden dünn auf die Naht spritzen, beide Stoffteile aufeinander legen und schon ist die Bluse oder die Hose fertig. Die Näherinnen sind sehr froh. Sie nähen nicht mehr, sondern kleben nur noch und haben nach einer Stunde so viel gearbeitet wie an einem ganzen Tag. Im nächsten Saal wird gebügelt. Aus den Bügeleisen strömt Dampf, damit die Falten in den Jacken und Hosen frisch aussehen und gut sitzen. Die Arbeit ist schwer, die Bügler haben rote Gesichter vor Anstrengung. Viel zu altmodisch diese Bügelei mit Dampfbügeleisen. Maul halten, schreien die Bügler. Wir sind Schwerarbeiter, wir lassen uns nicht reinreden. Hey, lass was nicht. Ihr müsst eine Maschine erfinden, mit der man schneller bügelt und leichter als mit den Bügeleisen. Dampf habt ihr, Stoff habt ihr und wenn ihr daran denkt, dass ihr die Kleider, die ihr bügelt, auch anziehen könntet, dann wird euch bald etwas einfallen. Donnerwetter, gute Idee, sagen die Bügler. Wir müssen uns etwas bauen, das wie ein Mensch aussieht, der von innen erhitzt wird, sodass die Kleider angezogen, in einem einzigen Augenblick von allen Seiten gebügelt wären. Die Bügler bauen Puppen aus Nylon, ziehen ihnen Hosen an, Kleider und Blusen, die gebügelt werden sollen und pumpen Pressluft in die Puppen, sodass sie sich ausdehnen und die Kleider spannen. Dann lassen sie durch die Puppen heißen Dampf strömen, sodass die Kleider von allen Seiten im Handumdrehen gebügelt sind. In einer Stunde haben die Bügler so viel wie an einem ganzen Tag gebügelt. Alle Arbeiter und Arbeiterinnen der Fabrik freuen sich. Sie müssen nicht mehr mühsam arbeiten, sie haben es leichter. Der Direktor der Fabrik sagt, wenn alle schneller arbeiten, müssten sie auch mehr Kleider herstellen. So ein Quatsch, sagen die Arbeiter. Wir haben Bügelmaschinen erfunden und die flüssige Naht. Warum sollen wir jetzt mehr arbeiten? Wenn wir mehr arbeiten, sagt der Direktor, verdienen wir mehr. Wir nicht, sagen die Arbeiter. Uns gehört die Fabrik nicht. Nur sie verdienen mehr, weil ihnen die Fabrik gehört. Das ist richtig, sagt der Direktor. Das ist aber nicht in Ordnung so, sagen die Arbeiter. Überlegen Sie doch. Ohne uns könnten sie keine Kleider verkaufen. Es würde sie einfach nicht geben. Mir hat die Fabrik schon immer gehört, sagt der Direktor. Arbeiter verdienen eben weniger als Direktoren. Das ist ungerecht, sagen die Arbeiter. Wir hören zu Arbeiten auf. Dann verdient ihr auch kein Geld, sagt der Direktor. Und sie verkaufen nichts mehr, sagen die Arbeiter. Sie können keine Kleider kleben und bügeln. Kann ich, sagt der Direktor. Nicht so viel wie wir, sagen die Arbeiter. Stimmt, sagt der Direktor. Ich bin auf euch angewiesen. Ohne euch steht die Fabrik leer. Wisst ihr was? Die Fabrik gehört uns allen zusammen und alles, was wir verdienen, verteilen wir gleichmäßig an alle. Ausgezeichnet, sagen die Arbeiter. Du bist der erste Direktor der Stoffindustrie, der nicht habgierig ist. Alle sind froh, auch der Direktor. Der glückliche Tag meines Lebens. Sie umarmen sich und tanzen in der Fabrik. Die Kleider sollten bunter sein. Vielleicht wie im Theater oder in Afrika, in China oder im Weltraum. Jeder, der einen Einfall hat, baut ein Kleid oder einen Anzug, wie er ihn sich wünscht. Alle in der Fabrik fangen sofort an, neue Kleider und Anzüge zu entwerfen. Sie bauen glänzende wie aus Metall oder Kleider aus bunten Schnüren, Hosen bekommen Flecken aufgesetzt, Blusen erhalten krumme Löcher. Ein Arbeiter bügelt eine Jacke so lange, bis sie wie eine Landkarte aussieht. Eine Näherin klebt einen Pullover aus großen Maschen zusammen, sodass er auch ein Netz sein könnte. Die Arbeiter und Arbeiterinnen ziehen die neuen Kleider an und gehen auf die Straße. Donnerwetter, sagen die Leute. Diese Kleider sehen lustig aus. Wir wollen auch solche Kleider haben. Das könnt ihr, sagen die Arbeiter. Wir stellen sie selbst her und verkaufen sie auch selbst. Da uns die Fabrik gehört, sind die Kleider sehr billig. Birne ist froh und kehrt in ihrer Laterne zurück. Wenn allen Arbeitern alle Fabriken gehören, verdienen sie mehr. Sie wären nicht mehr so müde und traurig wie jeden Abend in den Straßenbahnen und Autobussen, wenn sie von der Arbeit nach Hause fahren. Birne holzt Im Stadtviertel gibt es nur noch eine Schreinerei, die Bau- und Möbelbedarfsschreinerei Klauke. Alle Leute gehen zu Klauke und betteln, ob sie nicht einen Türrahmen bekommen könnten, eine neue Fensterbank oder ein Regal, einen Deckel für die alte Bauerntruhe, Armstützen für einen Sessel, eine Tischplatte, einen Wäscheständer, einen Klodeckel aus Holz, weil das ganze Badezimmer aus Holz sei. Herr Klauke kratzt sich hinter dem Ohr und sagt, eine Badewanne oder ein Waschbecken aus Holz habe er noch nie gesehen. Er lasse sich nicht foppen. Birne beobachtet, wie Leute den Hof der Schreinerei betreten und wie oft sie ihn enttäuscht wieder verlassen. Alle Wünsche kann Meister Klauke nicht erfüllen. Er hat keine Gehilfen mehr, Schreiner und Tischler arbeiten lieber in Möbelfabriken, sie verdienen dort besser. Ein Schreiber von Büchern, der schräg genüber wohnt, trägt einen Bettrost zur Schreinerei. Der Mann schwankt unter dem Gewicht des Lattenrostes, weiß nicht recht, wie er das große Fierig halten soll und wird beinahe, da er auf der einen Seite nichts sieht, von einem Auto umgefahren. Birne kann sich gerade noch blitzschnell aus der Fassung schrauben und rot blinkend den Sturzflug vor dem Auto landen. Der Schreiber rettet sich mit einem Sprung. Birne hat sich bei der harten Landung die Fassung verstaucht. Vielen Dank, Birne, sagt der Schreiber. Ohne deine Hilfe wäre ich unter das Auto geraten. Dir helfe ich immer. Schließlich hast du mich erfunden. Es war mir ein Vergnügen. Und ich hoffe, dass du dir noch mehr Geschichten ausdenkst. Ich möchte noch lange leben. Komm mit, vielleicht kannst du mir helfen. In der Schreinerei sagt Herr Klauke, er könne nichts mehr annehmen, er sei überlastet. Er muss drei Büroschränke bauen, für eine Gymnastiklehrerin gedrechselte Keulen zum Schwingen und Turnen und für einen Fettsack, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und Zigarren raucht, eine hölzerne Badehütte, die ins Büro passt. Lieber Herr Klauke, sagt der Schreiber, ich habe ein großes Bett, aber der Rost ist nicht mehr in Ordnung. Die Matratze wirft Wellen. Jeden Morgen habe ich Rückenschmerzen. Ich dusche und turne, doch die Schmerzen gehen nicht mehr weg. Sie kriechen, wenn ich an der Schreibmaschine sitze, höre, ich bekomme Kopfweh, mir fällt nichts mehr ein. Ich kann meine Miete bald nicht mehr bezahlen, weil ich vor Schmerzen dumm werde. Ich bekomme Wutanfälle und Depressionen. Manchmal nehme ich Schlaftabletten, damit ich mein Elend vergesse. Das ist mir egal, sagt Herr Klauke, mir tut auch oft das Kreuz weh und ich arbeite trotzdem weiter. Du lieber Himmel, ruft Birne von der Decke der Schreinerei herunter. Mein Schreiber darf keine Schmerzen haben, sonst fällt ihm nichts mehr ein. Dann kriege ich es zu spüren, weil er keine Geschichten mehr für mich erfindet. Also hilf du mir, sagt der Schreiber zu Birne. Ich kann nicht hobeln und nicht sägen. Das kann nur Meister Klauke. Zuerst muss ich die Büroschränke bauen und die Keulen drechseln, antwortet der Meister. Es steht schlecht um dich, sagt der Schreiber zur Birne. Ohne glattes Brett keine guten Geschichten, ohne Geschichten keine Birne. Du wirst abmagern und aus der Fassung fallen. Jammer, Jammer, Jericho, das ist ungerecht. Ich kann nichts dafür, dass es nur einen einzigen Schreiner im Viertel gibt. Kauf dir doch ein neues Bett. Kein Geld. In Italien bekam mein Auto einen Achsschenkelbruch, weil ich auf einer Bergstraße in einen Steinhaufen gefahren bin. Hilf mir, sonst kann ich dir nicht helfen. Schreiner Klauke steht an der Hobelbank und schleift die Kanten eines Schrankbrettes glatt. Birne hat eine Idee. Die Schrankbrette aufeinanderlegen? mit Zwingen zusammenpressen und alle auf einmal glatt schmirgeln. Sagt sie zu Klauke. Hatte ich denn einen Fall oder du? Ich natürlich. Du kannst nur schreiben. Was nicht auf dem Papier steht, existiert für dich nicht. Und du kannst dich nur bewegen, wenn ich es sage. Ohne mich bist du gar nichts. Das bildest du dir ein. Ich bin schon längst selbstständig geworden. Zum Beispiel spreche ich mit Herrn standen und wieder daran gedacht, wie schlecht es dir geht und dass du sehr zu bemitleiden bist. Doch niemand interessiert sich dafür. Und das macht dich noch wehleidiger. Ich bin tapfer und stark. Du bist krumm und kurzsichtig und kannst nicht kochen. Einige Abenteuer, die du dir ausgedacht hast, waren nicht gut. Ich habe sie nur widerwillig ausgeführt, weil ich nicht undankbar sein wollte. So eine Frechheit, an dich verschwende ich keinen Gedanken mehr. Von mir aus kannst du an Schwindsucht eingehen. Ich stoppe jede Zufuhr. Du bist ein Egoist, ein schäbiger Sentimentaler, von jedem willst du Anerkennung. Hört auf zu streiten, sagt Schreiner Klauke. Der Ratschlag, alle Schrankbretter aufeinander zu legen, war gut. Ich komme mit der Arbeit schneller voran. Der Schreiber kann sein Bettrost hier lassen, ich repariere ihn. Rückenschmerzen, Rückenschmerzen, bei jedem Fehler sticht's im Herzen. Ich streite nicht mit dir, dich gibt's nur auf Papier. Du hast mich geschrieben, jetzt musst du mich auch lieben. Du bist der Beweis für meinen Fleiß. Du musst dich nicht loben, sondern Abenteuer proben. Der Schreiber setzt sich zu Hause wieder an seine Schreibmaschine. auf dem reparierten Bettrost wird er ohne Rückenschmerzen aufwachen und gute Geschichten erfinden. Birne kann noch mehr.